Elftes Kapitel aus dem Roman Die Rauchfangkehrerkirche Der Heidenturm Der in kaum einem der einschlägigen Kultur- und Denkmalführer erwähnte Heidenturm ist ohne Frage eine der bedeutendsten, wie wohl weithin unbekannten Sehenswürdigkeiten des Wiener Walds. Das genaue Entstehungsjahr des Bauwerks ist nicht zu ermitteln. Man nimmt an, dass es im Auftrag eines Fürsten Esterhazy, wahrscheinlich Nikolaus II., Esterhazy de Galanta, nach der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert errichtet und jedenfalls, feilig abgesehen von den zweifellos in späteren Zeiten erfolgten umfangreichen baulichen Erweiterungen, nach dem ursprünglichen Plan fertiggestellt worden ist. Der Heidenturm gehört zu einem Gebiet, das dem Zugriff und Einfluss diesfalls für zuständig anzunehmender Einrichtungen und Autoritäten der österreichischen Bundesrepublik, der Gemeinde Wien oder des Landes Niederösterreich, aber auch dem der kirchlichen Behörden, beispielsweise der Diözese St. Pölten oder der Wiener Erzdiözese, in juristischem und jedem anderen Sinn offenbar unzugänglich, ja gänzlich entzogen ist, obwohl es auch augenscheinlich um ein öffentliches, in keiner Weise eingezäuntes, ziemlich großes Territorium handelt, das sich, ein einige hundert Meter breiter, überwiegend bewaldeter Streifen, an seinem südlichen Ende, irgendwo auf dem Plateau einer Heidelandschaft, im Viertel unter dem Wiener Wald beginnend, in nördliche Richtung, fast bis zur Wiener Pforte, nämlich bis zum Ende der Hauptstraße, eines der westlichen Außenbezirke der Stadt erstreckt. Doch dieses Territorium besitzt, aus nicht ganz einleuchtend definierten, angeblich auf uralten Übereinkünften und Gewohnheitsrechten beruhenden Gründen, selbst nach der Ansicht vieler international anerkannter Rechtsgelehrter, einen exterritorialen Status wie kein vergleichbares anderes. Der Heidenturm, ein, von außen bzw. von unten betrachtet, aus Granitblöcken gefügter, an eine Felswand angelehnter, halbzylindrischer Quaderbau, ist keineswegs das, was man sich gemeinhin unter einem Turm vorstellt, denn er ragt nicht, jedenfalls nicht in die Höhe, sondern, wenn davon Ragen überhaupt die Rede sein kann, in die Tiefe. Er scheint, wenn man ihn überhaupt als Turm ansprechen will, von oben nach unten konzipiert zu sein. Sein Dach ist gleichsam sein Fundament und umgekehrt. Das, Sidveniaverbo, Erdgeschoss, setzt mit seinem Plafond ein wenig unterhalb des erweinten Plateaus an. Und sein letztes Stockwerk endet dort, wo sich bei jedem anderen Turm das Fundament befände. Hätte der Heidenturm eine Spitze, so zeigte sie ihn den Keller, den er jedoch ebenfalls nicht hat. Er ist, es lässt sich nicht anders als Paradox ausdrücken, nicht unterkellert, sondern überkellert. Oben, auf dem Plateau nämlich, steht ein kleines Lokal mit achteckigem Grundriss, das sich groteskerweise Weinkeller nennt. Dies, obwohl dort gewöhnlich kein Wein getrunken wird, vielmehr Espresso und alle möglichen und unmöglichen nicht-alkoholischen Erfrischungsgetränke. Dieses Oktogon aus Stahl und Glas mit blechernem Zeltdach wurde in den 60er-Jahren des 20. Jahrhunderts errichtet, dementsprechend sieht es aus. Dennoch, in diesem banalen, stilistisch völlig unpassenden Häuslein erfolgt der Eintritt in den Turm durch eine stets geöffnete Falltür. Deshalb vielleicht der verschrobene Name des Lokals? Über eine sehr enge, steinerne Wendeltreppe, in die durch schmale, rechteckige Luken etwas Tageslicht einfällt, steigt man hinab zu einem Absatz, von dem aus man durch eine kleine Tür zu den Museumsräumen gelangt. Über dieser Tür befindet sich eine graue Marmortafel mit einer Inschrift in goldenen Lettern. Tenebrae tue errumt sicut meridies. Wörtlich, deine Finsternis wird sein wie das Mittagslicht. Betritt der Besucher die Räumlichkeiten zum ersten Male, erwartet ihn eine nicht geringe Überraschung. Es stellt sich nämlich heraus, dass das Bauwerk wesentlich größer ist als das, was man vor dem Eintritt durch die erwähnte Falltür für den Heidenturm gehalten haben musste. Wesentlich größer nämlich, als der aus Granitblöcken gefügte, an eine Felswand angelehnte halbzylindrische Quaderbau. Dieser nämlich ist seiner Funktion noch nichts anderes als das Stiegenhaus, einer in den Felsen hineingebauten, aus mehreren Stockwerken bestehenden, wahrhaft gigantischen Höhle mit einer Unzahl von Sälen. Diese Säle stellen sich alsbald als Saalfluchten heraus, die sich hunderte Meter weit ins Felsinnere hineinziehen, hervorragend ausgeleuchtet, die Parkettböden sorgsam gepflegt, an den Wänden eine Fülle groß- und kleinformatiger Bilder, die zumeist von heute völlig unbekannten Malern und Zeichnern erstaunliche Meisterschaft erkennen lassen. Ölgemälde, Aquarelle, Zeichnungen, Kupferstiche, Radierungen aus dem 18. Jahrhundert bis zur ersten Hälfte des 19., in allen Räumen, Skulpturen in verschiedensten Größen und Materialien, auch Handschriften, amtliche Dokumente, Bücher, Briefe, Gedichte, Notenblätter, in verglasten Schautischen, welche ob ihrer kunsthandwerklichen Qualität selbst als Ausstellungsstücke einzustufen sind. Man kann, wenn man will, viele anregende Stunden hier verbringen, und jedes Mal wird man Neues und Faszinierendes oder noch Interessanteres, Schöneres, Ergreifenderes entdecken als vordem. Was aber schon nach dem ersten Eintritt in die Museumsräume alle einzelnen Eindrücke grundiert, ist die hier überall herrschende Stille, eine überaus wohltuende, alle Objekte und den Besucher umfangen haltende Aura äußerster Zeitlosigkeit oder Zeitüberhobenheit. Man meint absolut allein zu sein, gleichsam als stets willkommener, privater Gast eines wohlhabenden und wohlwollenden Country-Gentlemen. Zu dessen Lebensstil ist allerdings gehört, sich in ständiger, diskreter Abwesenheit zu gefallen. Wem der Besitz gehört, etwa einem einzelnen Mitglied oder Zweig der Familie Esterhazy, ist nirgendwo zu erruieren. Es finden keine Führungen statt, es scheint gar keine Aufseher- oder Museumsmitarbeiter zu geben. Jedenfalls treten solche Personen niemals ungerufen in Erscheinung. Wünscht man jedoch irgendeine Information, so genügt eine kleine Geste oder bloß ein fragender Blick und sofort ist jemand zur Stelle, der einem bereitwillig und unprätentiös Auskunft gibt. Fast alle in unserer Erzählung vorkommenden Personen sind irgendwann einmal oder mehrere Male dort gewesen, auf jeden Fall Zeritsch, Jadli und Alexander, diese merkwürdigerweise niemals gemeinsam, sondern jeweils allein oder in Gesellschaft ganz anderer Personen. Deshalb wahrscheinlich haben sich die drei niemals über ihre diesbezüglichen Erfahrungen und Eindrücke unterhalten. Einmal allerdings, gegen Ende der 60er Jahre, hat Alexander zufällig Friedolin Seemann an diesem Ort angetroffen und ist mit ihm nach einem längeren Gespräch neben dem sogenannten Weinkeller in den Turm hinabgestiegen, worüber im nächsten Kapitel. Meist kamen die Besucher aus südlicher Richtung, im Verlauf einer Wanderung, die irgendwo im Viertel unter dem Wiener Wald begonnen hatte, seltener aus östlicher, niemals aber aus nördlicher, das heißt direkt aus der Wiener Außenbezirksgegend. Doch immer war es ihnen eine überaus freudige Überraschung, den Heidenturm wiederzusehen, so als hätten sie in der Zeit nach dem vorangegangenen Besuch die reale Existenz des Bauwerks bezweifelt oder verdrängt und es dem Reich des Traumes, der Fantasie oder gar des Wahnsinns zugeordnet. Und immer fühlten sie sich nach dem Eintreten in den Turm, in Sonderheit aber beim Aufenthalt in den Museumsräumen, von jener überaus realen und dichten Aura äußerster Zeitüberhobenheit umfangen, wie beim allerersten Mal. Diese Aura nämlich zeitigte bei ihnen stets eine sehr angenehme, sänftigende und zugleich kräftigende Wirkung. Ein jede innere Düsternis schlagartiger, hellendes Wohlgefühl, das sich beim weiteren Abstieg in den Turm allmählich steigerte und im letzten, dem untersten Geschoss, in dem sich die Heidenorgel, nicht ganz korrekt als Wasserorgel bezeichnet, befindet, vollends entfaltete, nämlich dann, als das merkwürdige Instrument, eigentlich ein Musikautomat, endlich zu erklingen begann. Diese wohltuende Wirkung hielt manchmal einige Stunden an, oft während des ganzen Heimwegs nach Wien, um, wie sich nach und nach schmerzlich ins Bewusstsein hob, am Ende der Wanderung langsam zu erlöschen. Man hat dieses Instrument wohl deshalb als Wasserorgel oder Hydraulos bezeichnet, weil es mit Wasserkraft, nämlich der eines Bächleins, angetrieben wird, das irgendwo in der oberen Heidelandschaft entspringt und mittels eines Rohrs oben in den Heidenturm geleitet wird, denselben unsichtbar durchläuft, im Untergeschoss das Spielwerk der Heidenorgel antreibt, schließlich am Fuße des Bauwerks durch den Mund eines Mascarons hervorsprudelt und in offenem Bett in nördliche Richtung weiterfließt. Wahrscheinlich mündet der Bach irgendwo in einen der vielen Wienerwaldflüsse und dann in die Donau oder in den sogenannten Donaukanal. Unseres Wissens ist niemand der Sache nachgegangen, was sich wohl nicht anders als durch den extraterritorialen Status der Gegend erklären lässt. Die echte Wasserorgel, die der Antike, wurde keinesfalls mit fließendem Wasser angetrieben, sondern manuell. Vielmehr diente derselben stehendes Wasser unter Ausnutzung präumatischer Gesetze zur Aufrechterhaltung eines gleichmäßigen Luftstroms und damit der Qualität des Klanges. Erst zur Zeit der Renaissance sollen solche mit Wasser angetriebene Orgelautomaten verfertigt worden sein. Die Heidenorgel, welcher der Turm offenbar seinen Namen verdankt, ist also eher einer sogenannten Flötenuhr, freilich ohne Uhrwerk vergleichbar, einer Flötenuhr, deren Stiftwalzen, auf denen die musikalische Information gespeichert ist, durch besagtes Bächlein in Bewegung gehalten werden. Um welche Information es sich handelt, lässt sich unschwer erraten. Die wohlbekannten 20 Flötenuhrstücke von Josef Heiden sind es, die hier nacheinander und immer wieder erklingen. Und desselben Komponisten-Kaiserhymne, das Gott erhalte, bildet jeweils den Abschluss der Sequenz. Das Bemerkenswerte oder geradezu Unheimliche an den Heidenturmexkursionen jener in unserer Erzählung vorkommenden Personen bleibt der schlechterdings unerklärliche Umstand, dass sie jeweils am Ende ihrer Wanderung in irgendeiner westlichen Außenbezirksgegend Wiens ankamen, dann aber, schon kurz, sehr unmittelbar nach solcher Ankunft zurückschauend, gar nicht mehr feststellen konnten, wo eigentlich der Wiesenweg aus dem genannten Territorium in den städtischen Bereich eingemündet war. Die Ausstiegsstelle, das Ausschlupfloch sozusagen, schien plötzlich völlig verschwunden, so als wäre da niemals etwas gewesen oder als wäre eine perfekt getarnte Geheimtür zugeschnappt. Das Phänomen wiederholte sich jedes Mal nach jedem Besuch des Heidenturms. Man vergaß es alsbald. Doch wenn es auftrat, erinnerte man sich daran, gleichsam ein immer wiederkehrender Anfall von Déjà-vu. Es war wie verhext und dabei blieb es denn bis zum heutigen Tag. Esel Gethr信ierter www.interifangst.de 得到 www.interifangst.de www.interifangst.de oder